Willkommen zu meiner Präsentation Keynotes Coolest Open at NRW Hackathon. Ich habe das Format Pecha Kucha gewählt, das heißt Sie sehen in den nächsten 6 Minuten 40 Sekunden genau 20 Folien an 20 Sekunden. Ihnen viel Spaß und mir viel Glück dabei! M-Learning, Musik und Religion, das sind meine Hashtags. Auf Twitter bin ich Tastenspieler. Meine Schule ist die Kaisern Augusta Schule, ein Gymnasium in Köln mit ungefähr 90 Lehrenden und 1000 Lehrenden, da wo der grüne Pfeil ist, direkt hinterm Schokoladenmuseum. Dieser Herr schaut in einen 3D Drucker und ziert das Cover des New Media Horizon Reports, ein Report, der fünf Jahre in die Zukunft blickt und uns erzählt, wie moderne Bildungstechnologie, Forschung, Lehre und Lernen verändern werden. Es gibt auch eine Ausgabe für europäische Schulen dieses Reports und sie zeigt uns, dass Cloud Computing, Gamification, personalisiertes Lernen, Social Media und Open Educational Resources und Online Learning immer wichtiger werden. Über die nächsten 5 Jahre die Lehre ICT fit werden, Blended Learning nach vorne gebracht werden muss. Das sind die Digital Natives. Sie zeigen ihren Großeltern die neueste App per Videochat. Rechts meine beiden Schülerinnen nach Weihnachten 2013 und 50% der 12- bis 13-Jährigen haben mittlerweile ein Internetflat auf ihrem Smartphone. 88% der Jugendlichen besitzen ein solches. Lebenswelten der Generation Y. Diese Frage haben meine Fünftklässler vor Weihnachten gestellt, nachdem sie meinen Tafelanschrieb gesehen haben. Was sind das für Hashtags, Herr Spang? Ja, übrigens ein sehr erfolgreicher Tweet. Den Leuten hat's gefallen. Und ja, die Butterbrotdose, aber auch das Powerbar gehören ganz selbstverständlich auf den Tisch. Und meine Schülerin hat in Klasse 5 2.000 WhatsApp-Nachrichten in zwei Tagen bekommen. Kein Problem, Herr Spang. Ich lese die nicht. Das Wichtige kriege ich schon mit. Natürlich muss die Bedürfnispyramide entsprechend aktualisiert werden. Die 21st Century Skills sind zentral für den Lehrer 2.0. Dabei geht's um Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration und Kommunikation. Passt somit auch sehr gut zum NRW Hackathon in Bezug auf Kollaboration und Kommunikation. Ja, diese Skills versuche ich in einem Tablet-Projekt meinen Lernenden zu vermitteln, das ich seit fünf Jahren leite. Und da geht's um kritische, konstruktive Mediennutzung, um Erstellung von Medienprodukten. Und da gibt es jetzt ein paar Beispiele zu sehen. Ja, was machen wir mit den Tablets? Wir produzieren Musik, wir produzieren Videos, wir erstellen E-Books unter freien Lizenzen. Wir nutzen alle verschiedenen Apps auf dem Gerät, erstellen Präsentationen und erstellen sogar eigene Apps, sogenannte Learning Apps. Dazu kommen wir gleich. Natürlich kann man mit einem mobilen Gerät sehr gut nach draußen gehen. Das finden die Lernten toll, erstellen zum Beispiel hier einen Film über die Kirchen im Viertel. Im Unterrichtsraum sind wir komplett schnurlos und papierfrei unterwegs, arbeiten auf einer offenen Lernplattform und läuten das Ende der Kreidezeit ein. Be a Maker, not a Taker. Das ist sozusagen das Motto. Maker Movement. Diese Jugendlichen aus Klasse 11 bieten in einer Kooperation mit der Stadtbibliothek Köln Workshops an, in denen sie Bürgerinnen und Bürgern zeigen, was man mit Technologie so alles anstellen kann und ausprobieren, Musik erstellen und so weiter. Play is the highest form of research, die höchste Form der Wissenschaft. Ja, und tatsächlich sind wir die einzigen Lebewesen auf Erden, die eine Trennung machen zwischen Spielen und Lernen. Lernen ist was Ernsthaftes. Dann wird gespielt. Alle anderen Lebewesen lernen beim Spielen. Gamification überträgt solche spielerischen Prozesse und Regeln in den Unterricht. Zum Beispiel meine Jugendlichen Klasse 6 bauen Kirchen mit Minecraft oder die Welt vor und nach der Klimakatastrophe oder zeichnen sich selbst eine App, die sie dann kurz darauf auf dem Gerät spielen. Das sind meine Best Rally Kits in Klasse 6. Sie haben Apps für Flüchtlingskinder erstellt, damit diese besser Deutsch lernen können, aber auch um ihnen zu zeigen, dass sie sie ernst nehmen und dass sie sich mit ihren Problemen beschäftigen. Das Ganze wird über einen Web-Blog geteilt und bereitgestellt. Ja, Learning Apps zum Beispiel nutzen wir dafür, um solche Spiele zu erstellen, wo wir auch Creative Commons Remixen und die Learning Apps selbst wieder unter Creative Commons Lizenzen stellen oder wir erstellen eigene Erklärvideos rechts im Bild, die wir auf YouTube und über den Blog dann bereitstellen. Das Schulwiki der Stadt Köln ist eine Besonderheit, eine offene Lernplattform bereitgestellt vom Amt für Schulentwicklung für alle Schulen in Köln, wiki.stadt-köln.de, wo freie Bildungsmaterial erstellt werden, vor allem von den Lernenden, wo sich Schulen vernetzen und die man weltweit einsehen kann. Das habe ich auf Twitter gefunden. Ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt, was ich lebe. Strong teachers don't teach content. Google has content. Strong teaching connects learning in ways that inspire kids to learn more and strive for greatness. Ja, nach Größe streben. Das versuchen die Best Rally Kids, wenn sie zum Beispiel in der Volkshochschule Köln im sogenannten Sprachraum ihre Apps für Flüchtlingskinder und für Flüchtlinge bereitstellen und dort ins Gespräch kommen, partizipieren und partizipieren lassen. Die Best Rally Kids. Ja, meine Zeit ist schon fast um. Digitale Bildung, was braucht es? National braucht es Gesetze, die notwendige Ausstattung und Lehrpläne für Schulen. Alle Akteure müssen offene Kommunikation auf Augenhöhe pflegen und die Kommunen müssen Kollaboration, Vernetzung von Akteuren vorantreiben und digitale Räume bereitstellen. Das war's mit meiner Pecha Kucha School is Open. Ich freue mich über weitere Diskussionen unter dem Hashtag NRW Hackathon und natürlich gleich auf dem Diskussionspodium bit.ly slash NRW Hackathon. Da finden Sie auch diese Präsentation. Dankeschön. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020